Ja, liebe Leute, da sind wir mal wieder. Ich sitze hier gerade inmitten unseres Weiden-Pavillons zugekünftigen und heute möchte ich euch mal was zeigen. Wir haben ja die Reihe Terra Preta selber herstellen begonnen, die ihr auf unserer Homepage im Blog findet. Das können wir euch unten mal verlinken, weil direkt ein YouTube-Link, das funktioniert ja auf YouTube nicht mehr. Da könnt ihr euch mal angucken dann, wie man Terra Preta Stück für Stück herstellt selber und warum das überhaupt so wichtig ist. Ja, und da haben wir ja schon den ersten Teil gemacht, wo wir euch zeigen, wie ihr in einem Holzvergaserofen selber Holzkohle herstellen könnt. Ja, morgen! Und ja, heute soll es darum gehen, wie ihr in einem Kontiki oder in einem Erdmeiler, so genannten, noch ein bisschen größere Mengen Holzkohle herstellen könnt. Das heißt, wenn ihr so wie wir hier so ein Permakulturprojekt habt oder einen kleinen Hof oder sowas, ja, dann könnt ihr euch ein bisschen größere Mengen Holzkohle auch herstellen. Das ist ja dann ganz wichtig, weil ein bisschen Terra Preta reicht dann nicht, sondern braucht ihr ein bisschen mehr. Also die Holzkohlegeschichte im Holzvergaserofen war jetzt eher so für den, ich sag mal, Kleingartenbetrieb. Genau, und das wollen wir euch heute zeigen. Und ich sitze jetzt auch schon in der Mitte hier unseres Weidenpavillons, weil hier soll ein sogenannter Erdmeiler oder Erdkon-Tiki hin. Und was das genau ist, das ist eigentlich ganz einfach erklärt. Hier in der Mitte mache ich jetzt einen Kreis, so ungefähr den Durchmesser, also einen Meter. Und das wird quasi eine Halbkugel nach unten, die ich jetzt hier ausheben werde. Denn dort drin ist dann quasi die Kontiki-Brennschale, wo dann unter wenig Sauerstoffzufuhr ein Feuerchen entsteht, auf dem dann schön die Kohle entsteht. So, ich werde jetzt mal anfangen mit der Grasnarbe, auf geht's. Ihr könnt mir ja einfach mal ein bisschen zugucken. Ja, und währenddessen ich jetzt hier den Kontiki aushebe, wollte ich noch einmal dazu sagen, wenn ihr so ein Feuerchen macht, weil es ist ja ein offenes Feuer mehr oder weniger, solltet ihr wirklich darauf achten, dass kein Brand entstehen kann. Also das heißt, dass es vielleicht ein paar Tage vorher geregnet hat, dass es rundherum nicht staubtrocken ist, sondern wie bei uns zum Beispiel schön grün, kein Wald in der Nähe, der waldbrandgefährdet ist im Sommer und dass man den Funkenflug vermeidet. Das heißt, das Feuer nicht zu groß dimensioniert und nur langsam nachlegt. Das ist nämlich bei dem Kontiki eh ganz wichtig. Wenn ihr später den anzündet, das zeige ich euch dann ja, zündet man den ja mit einem kleinen Feuerchen an und schmeißt dann immer mehr Material obendrauf, damit das untere Material wenig Sauerstoff kriegt und wirklich nur verkohlt, sodass ihr oben immer eine Schicht habt, die brennt und das Lignin verliert und der pure Kohlenstoff überbleibt, sodass ihr immer schön nachschmeißt von oben. Und wenn ihr kein Material habt, wartet ihr, bis die Flammen aus sind, dann ist das Lignin raus und dann habt ihr puren Kohlenstoff und dann könnt ihr ablöschen. Das zeige ich euch aber gleich am Ende. Ja, so schnell geht es und dann hat man einen Erdmaler. Ihr seht jetzt ungefähr einen halben Meter tief. Wenn man will, kann man den jetzt auch noch zum Beispiel mit Lehm ein bisschen auskleiden. Vielleicht mache ich das auch noch. Ja, und jetzt braucht man ordentlich Holz. Da kann man sich jetzt ungefähr die dreifache Menge Holz daneben legen, wie er groß ist, weil das Ganze, also mindestens eher noch mehr, zehnfach fast eher, ja, weil das ja zusammensinkt beim Verbrennungsprozess. Das ist jetzt der nächste Step. Ich werde jetzt mal Holz holen. Ja, da haben wir das Holz. Das habe ich euch jetzt mal nicht gezeigt, wie ich das geholt habe. Ich denke mir, ihr könnt euch das vorstellen. Ich habe es mit meinem Lastenrad natürlich gemacht. So, und jetzt werden wir das Ganze hier mal entzünden. Hier so einen kleinen Helferstreicher, jetzt ein bisschen größeren, dass ich unten rankomme. Und man fängt, also man macht es nicht ganz voll, sondern man fängt unten an, weil ihr wollt ja, das ist quasi oben, das immer abgedeckt wird. Deswegen tue ich jetzt einfach hier das Ganze erstmal vorsichtig anzünden. Und lege dann Stück für Stück nach. Und wir haben gedacht, wir nutzen die Gelegenheit. Und dann haben wir uns einen schönen Stockbrotteig mitgenommen. Und jetzt hole ich uns nochmal ein paar Stöcker für Stockbrot. Und wenn wir das Ganze hier dann ein bisschen unter legenheit abonen. Und dann haben wir mal ein paar Stöcker. Und dann haben wir das Ganze vor. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist wunderbar geworden. Also wenn man die jetzt hier aufbricht, die ist ganz bröselig. Ich komme mal an die Kamera nah ran, bis ihr das auch mal seht. Das ist hier wirklich richtig gut durch. Schöne Holzkohle. Und die werde ich jetzt hier rausholen, denn die brauchen wir ja noch in feiner Form. Und deswegen hole ich die jetzt raus und tue die in diesen Body rein, wo ich die dann noch ein bisschen zerkleinern werde. Jetzt können wir einfach mal gucken, wie tief die Schicht hier überhaupt ist. Den Schotter ist, auch wenn es natürlich vom Material her nur so voll war, dann haben wir noch viel mehr verbrennen können. Aber, seht ihr, da kommt schon relativ viel Holzkohle bei rum. Ist auch nicht schlimm, wenn da jetzt ein bisschen Erde oder Runde drin ist. Hauptsache größtenteils Holzkohle. Das sieht ja geil aus hier. Ein Stück Rinde verkohlt. Ah, super. Ganz klasse. So, mein Ziel war, den Bottich so fast voll zu kriegen. Mal sehen, ob wir es schaffen. Mit der Ladung hier. Dann kann ich nämlich einen Meiler aufsetzen. Also einen Kompost-Schwarzerdemeiler. Terra Preta. Ah, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ordentlich Kohl ist, wie ihr seht. Das ist schon ein bisschen anders als bei dem Holzvergaserofen. Da könnt ihr auch gerne, wenn ihr nur so Kleingarten habt, nochmal der Link zum Video. Hier oben, da, so. Weil wir haben alles auch in klein mal gemacht mit dem Holzvergaserofen. Da kann man drauf kochen. So. Gleich haben wir den Bottich voll. Ich bin schon am Boden. Ja, liebe Leute, wie ihr seht, habe ich jetzt den Bottich fast voller Holzkohle. Das ist jetzt das Ergebnis, was ich haben wollte. Da hätte auch noch wesentlich mehr entstehen können. Ich hatte jetzt noch nicht so viel Brennmaterial. Jetzt haben wir euch quasi gezeigt, wie ihr auch für euer Permakulturprojekt und euren Permakulturgarten, den ihr hoffentlich ja auch selber anfangt. Ja, weil wir müssen ja die Böden retten in Deutschland, Frankreich und so weiter. Und das nächste wird sein, da werden wir euch zeigen, wie ihr die effektiven Mikroorganismen, die ihr für das Ansetzen des Terra Preta Kompostmeilers braucht, selber ganz, ganz, ganz günstig herstellen könnt. Mit wirklich wenig Aufwand. Ja, ich hoffe, das hat euch jetzt erstmal gefallen, das mit der Holzkohle und, oh, hier ist ein Steinchen noch drin. Und gebt da noch einen Daumen hoch, wenn ihr mögt, lasst ein Abo da. Ja, und guckt auch noch am besten, wenn ihr mögt, auf unserer Homepage. Dort findet ihr nämlich die ganze Reihe dann Terra Preta. Das, was uns auch wirklich ein Anliegen ist, weil auch die Doku, die wir am Anfang verlinkt haben, die ist sogar von den Öffentlich-Rechtlichen, die wirklich mal sehr gut zeigt, was eigentlich mit unseren Böden hier in Deutschland los ist. Und dieses bisschen Holzkohle hier, das kann wirklich die Lösung dafür sein, dass wir unsere Böden hier wieder in den Griff kriegen. Ja, also es ist ein Baustein. So, guckt da doch mal rein. Und wenn ihr mögt, verteilt das Ganze auch ein bisschen, weil das ist wirklich ein Wissen, denke ich mal, was unbedingt an die Öffentlichkeit muss und wo jeder eigentlich wissen muss, wie man das machen kann und soll. Deswegen machen wir jetzt auch wirklich ganz ausführlich diese Reihe Terra Preta selber herstellen, wie geht es. Dass sich das jeder dann danach angucken kann und auch so, dass es jeder versteht. Genau, jetzt habe ich schon wieder so viel geschwafelt. Wie gesagt, Daumen hoch, Abo da lassen. Bis zum nächsten Video mit EM dann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.